Vielen Dank für die Einladung. Ich habe bei dem Gespräch mit Lili Litschka verstanden, ich soll kurz und begeisternd und lustig sein. Und das werden wir jetzt versuchen. Aber es kann sein, dass dazwischen auch ein paar Worte noch nötig sind. Darum wäre ich froh, wenn man mal die Powerpoint startet und mit dieser ersten Folie möchte ich einmal dem Institut danken und den vielen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt da genannt worden sind. Also 15 Jahre braucht es offenbar in Österreich, um so eine Institution festzuschrauben. Und da will ich wirklich für die Zukunft hoffen, dass ihr das Archiv dann auch für das 21. Jahrhundert macht. Also wenn es geht und wenn man weiter darüber spricht, dann will ich heute in meinen Überlegungen ein bisschen aus der eigenen Arbeit berichten. Und anhand von zwei Beispielen noch etwas, wie wir mit Archivalien arbeiten oder mit den Beständen. Und das fange ich schon, der rechte ist derer, gut, da fange ich schon jetzt einfach damit an. Ich habe bei der Vorbereitung mir eine Zeit lang überlegt, was will jetzt hier die Personengruppe sehen. Am besten mich selber. Ich meine, es geht ja gar nicht anders. Ich bin vielleicht ein Beispiel für viele, die jetzt hier in Österreich arbeiten. Und das ist also eine Zeichnung, die wir damals, wie wir das Prater-Konzept gemacht haben, eine elektronische Installation machen wollten. Der Baum erzählt mir eine Geschichte, das dachte ich ziemlich passend für unseren Abend heute, weil wir an der Schnittstelle von der analogen zur digitalen Präsentation ja ganz viel auch verloren oder vielleicht wiederentdecken werden, aber dass wir uns damit eben auch auseinandersetzen müssen, dass wir durch die Technologien uns selber verändern. Und das war also eine Installation, gemeint, sie ist leider nie realisiert worden, wo also mit Tontechnik die Bäume zu sprechen anfangen. In unserem Atelier spielt Zeit eine wesentliche Rolle, Zeit als Baumaterial. Und ich habe deswegen jetzt eine Zeichnung, die mich seit meiner Studentenzeit bewegt, beschäftigt hat, mitgebracht von Geoffrey Celico. Der hat seinen eigenen Rheinhausgarten in London Highgate gezeichnet, wie er 1936 angelegt worden ist. Und irgendwie 1976 ist dann die Phase ganz rechts außen. Wir sind also mit einer Materie beschäftigt und viele hier im Raum sicherlich auch einer lebendigen Materie. Und da spielt es durchaus auch eine Rolle, in welchen Zeitbegriffen wir denken und in welchen Dokumentationsebenen wir denken. Und vieles, was mir jetzt durch den Kopf geht, spreche ich ganz frei, weil ich die letzten Tage halt versucht habe, anklang von Bildern das zu machen. Aber ich mache gerne mit Janusz solche Mobiles, weil die Dinge sich gegenseitig stärken, gegenseitig unterstützen, wie ein schwebendes System. Und es ist mir halt in der eigenen Arbeit durchaus sehr wesentlich, die Reflexion der Tradition zu verwenden. Da geht es um die Planungsabläufe, die es seit Jahrhunderten gibt. Es geht um Darstellungsmethoden. Es ist der Unterschied, ob etwas auf Pergament mit Dusche gemacht worden ist oder ob es, wie es Gell gemacht hat, mit dem Stab in den Boden geritzte Wege waren. Es geht aber natürlich um diesen Diskurs in der Zeit von Fake News. Was sind Social Medias? Was haben wir heute für eine Datensicherung? Da ist genug jetzt von den Vorrednern gesprochen worden. Da muss ich jetzt nicht ausführen. Aber wir sind wirklich an einer Schnittstelle, wo wir vollkommen anders Planungsprozesse dokumentieren müssen, als über Vorentwurf, Entwurf, Detailplanung. Ich glaube, es wird wirklich auch ein Punkt sein, den man fachlich diskutieren sollte. Und ich denke halt, das sage ich jetzt gerade so, dass so ein Archiv auch eine supere Chance ist, dass wir darüber sprechen, und zwar gemeinsam, lokal und global, ob es eine österreichische Gartenkultur gibt. Seitdem ich arbeite, seitdem ich nach dem Studium mich beruflich beschäftige, habe ich mich da eingesetzt. Das wissen vielleicht manche, dass es die Fragestellung nicht auf einer nationalen Ebene gibt, sondern eher auf einer kulturanthropologischen Ebene. Darum, was hat die Region hier an besonderen kulturellen Leistungen und wie können wir diese verorten im Vergleich zum vielleicht skandinavischen Raum oder vielleicht zum hispanischen Raum. Das gilt einfach auch publizistisch zu machen. Und jede Publikation freut mich, wenn ich das auch so direkt sagen darf, weil jetzt werde ich ein paar Arbeiten von uns selber zeigen. Naja, und links, das Lost and Found, das ist genau das, das Wiederentdecken, das Wiederentdecken entlang von, Moment, diese Ideen, die gab es ja, es ist ja nicht alles auf der Welt eine Erfindung, aber es ist manchmal auch eine super Erfindung zu entdecken. Ich setze noch einmal eine Ebene drüber. Also die Experimente zu kennen, die Typologien zu kennen und vieles mehr. Und ich habe da zufällig heute ein Zitat, das ich ein bisschen leicht abgeändert hier bringe, von Aedes gebracht, mit der zunehmenden Dynamik und Vielschichtigkeit gestalteter Freiräume werden neue Forschungsfelder erschlossen. Als Werkzeuge können verschiedene Medien heute dienen. Es sind die Archivdokumente, digitale Datensätze, Fotografien, Kartografien, Skizzen, Texte, Animationen, sicher auch Video und Film. Ja, mein eigenes Atelier werde ich jetzt kurz vorstellen. Und ich arbeite ja schon ziemlich lange. Ich mache ja kein Geheimnis aus dem, wie organisiert man sich, wie legt man die Sachen ab. Wir haben manche Aufgaben, wo wir vier, fünfmal wiedergeholt worden sind. Mit Glück, muss man das sagen. Ja, irgendwo stehe ich vor diesem Mappen und sage, ja Wahnsinn, was mache ich jetzt damit? Also das ist in Wahrheit ein Wert, der durch die gewachsenen Strukturen der Zeit entsteht. Und dass man sein Wissen hier also auch, in unserem Atelier hat sich halt diese grüne Mappe so durchgesetzt, auf dem A3-Format, vielleicht haben andere noch viel lustigere oder gute Vorschläge heute. Und das ist eben das, dass wir mit dem Archiv durchaus leben. Und natürlich die Inspirationen sind, mal als erstes mein Mann Janusz Karas, klar. Da sieht man uns also am Foto. Die Gespräche im Team, im Atelier. Natürlich der Terminkalender, weil man glaubt ja gar nicht, wie viel man unter Druck zusammenbringt. Die Bücher und hier habe ich jetzt extra meine Pinnwand mitgebracht. Weil ich glaube an Pinnwände und vielleicht gibt es andere Möglichkeiten auch. Aber da ist das jetzt ein bisschen klein, ich werde auch nicht auf alle Details eingehen, aber das sind so wachsende und verändernde Strukturen, die sich auf einer etwa vier Meter langen Pinnwand ständig entwickeln und wo die Skizzen aufgehängt werden oder die Gedanken zu der Verwendung von Efeu oder hier verschiedene Kaktus-Varietäten oder hier ein paar schlafende Beamte in einem Wald. Das ist eine Zeichnung. Ja, und das war das, was ich am Anfang gesprochen habe, diese Pläne analog und digital. Wir haben also einen Schnitt im Atelier. Wir haben so um 2000, 2005 herum einfach keine, da gab es auch einmal keine Planrollen mehr. Keiner hat mehr Planrollen gebraucht. Ja, was tun wir denn? Wo sind denn die Pläne? Die sind alle in der Kiste. Und da bekomme ich natürlich schon auch ein wenig die Panik, was wird denn sein, wenn? Was ist denn mit dem Computercrash und so? Also dieses Updaten und immer wieder schauen, dass die Sachen daherkommen. Und die andere Seite ist, dass wir also jetzt ein großes Projekt in Aserbaidschan machen und da wird es ja überhaupt nur über Video überwacht. Da wird ja am 24-Stunden-Bildschirm geschaut, wie die Baustelle vorangeht. Und da mit diesem Spannungsfeld zu arbeiten, glaube ich, das ist das Wesentliche. Gut, jetzt zur eigenen Entwicklung. Ganz kurz ein paar Beispiele. Ich habe mich in den letzten Jahrzehnten mit Gegenräumen beschäftigt. Das ist eine räumliche Vorstellung von Stadträumen jenseits gebauter Formen, sondern der Räume dazwischen. Und das ist hier links oben, die Stadt Wien, ungefähr um 1690 nach einer barocken topografischen Darstellung gezeichnet oder die Gärten in Latium, hier links unten. Und bis heute ist also die Handzeichnung ganz wichtig. Wir haben gerade das Glück gehabt, in Friedhof Olsdorf Hamburg einen Wettbewerb zu gewinnen. Und das sind hier die Vorzeichnungen für die digitalen Zeichnungen. Ja, wie schon gesagt, Arbeiten, die wir 2000 angelegt haben, wie die autofreie Mustersiedlung in Wien, sind 2010 bereits gut eingewachsen. Und genau da ist dann die Frage, welches Foto, ja welcher Zustand, was nimmt man jetzt? Wir haben also mit Pflanzskizzen bis in die heutige Zeit sicherlich mit analogen Zeichnungen gearbeitet, aber diese ist eine schon aus Blumau, die sicherlich zu den wenigen gehört, wo auch noch mit Hand beschriftet sind. In Wahrheit ist die digitale Welt ganz anders geworden. Und hier bei diesem Projekt mit Architekt Weichenberger, wo wir den Aushub vor Ort verwendet haben für eine Wohnhausanlage, dachte ich, für sie ist diese sozusagen synonyme Vergleich mit einem Blatt Papier vielleicht genau das, wie kann man mit anderen Medien, mit anderen Gedanken auch wiederum topografische Ideen erzeugen, Landschaft formulieren. Und das war, glaube ich, mit einer solchen Handfoto, Handyfoto möchte ich fast sagen, ein ganz typisches für die 2010er Jahre. Ja und dann gibt es, weil ich von Fake News gesprochen habe, jetzt ist, Moment, jetzt muss ich zurück, die Überraschungen, dann gibt es auf einmal Bücher, wir freuen uns, wir waren aber nicht gefragt worden, ob unser Projekt auf diesem Titelblatt kommt. Und plötzlich, Dachbegründung, nett, ist doch unser Projekt, aha, keiner ruft an. Dann haben wir einen Verlag angerufen, wir freuen uns sehr, dass sie uns da aufs Titelblatt gebracht haben, steht aber nirgends im Buch drinnen, von wem das ist. Ja, das ist die Welt der Medien heute. Das heißt, ich wünsche mir, wenn es Archive gibt, wo man nachschauen kann, wo man recherchieren kann, dass man vielleicht auch noch zitieren nicht vergisst, sondern weiter zitieren. So, jetzt kommen zwei Projektvergleiche und das eine ist, da bin ich also Lili Litschka und ihrem Team echt dankbar, sie ruft an, gibt nicht nach, ist unglaublich widerständig und sagt, dein Vater hat bei der Gartenschau 64 die Leuchten gemacht. Und mein Bruder, der das Archiv in unserer Familie verwaltet, sagt, ja, das ist ja alles nur Lieferware gewesen. Hier links, das ist das Inserat, Austria hineinleuchten, Lieferware. Nein, nein, das stimmt nicht. Und vielleicht war es auch die Frau Krippner, ich weiß es nicht, im Katalog von WIG 74 steht, Lampendesign Karl Aubel. Mein lieber Bruder geht also drei Stock in den Keller und findet eine so kleine Rolle, hauchdünnes Aquafix, da sind die Pläne. Und das heißt, man muss mit Glück und Verstand im richtigen Moment die richtigen Fragen stellen, dann findet man auch noch einmal vielleicht den Schlussstein in einem Gewölbe. Hier oben ist nur das Foto, wie die Lampen da verwendet worden sind und sie sind großteils noch heute im Gelände auffindbar. Ja, und jetzt eben das Recherchieren und das Arbeiten mit Archiven. Ich bin sicher nicht die allzu typisch zu nehmende Historikerin und deswegen war diese Vorreiterrolle so etwas, wo ich gesagt habe, danke für die Einladung, aber ich werde es gerne freundlich und persönlich gestalten. Ich brauche einen Bezug zum Ort, ich brauche einen Bezug zum Auftraggeber, Auftraggeberin. Ich muss irgendwo mir eine Geschichte bauen können. Und das, was mir hier mit der Arbeit an den Gärten des Belveders, mit meinem Team gelungen war, war nur möglich, weil ich mit Stefan Schmid arbeiten konnte, weil wir im Dialog uns die Pläne analysiert haben, weil Ingenieur Ludwig auf eine unglaubliche Initiativeweise aus einem 500er, man glaubt es gar nicht, hergestellte Realisierungsumsetzung schaffen konnte. Und deswegen hier ein handschriftliches Memo von Prinz Eugen aus dem Feld, also aus dem Krieg, im Sommer Krieg, im Winter Auftraggeber, 1713, ich möchte im Herbst diesen Garten beginnen. Da muss man natürlich auch Handschriften lesen können, man muss nicht nur Korrent können, sondern vielleicht noch früher die Texte sehen können. Ja, nach einigen Überlegungen war uns dann klar, dass das Kakteenhaus, das im Norden der Anlage steht, da wo auch die Soldaten ihre Unterkünfte hatten, da war die Bibliothek. Und er konnte mit den Aquarellen, mit den Nachschlagewerken, durchaus die neu angekommenen Pflanzen vergleichen. Das heißt, der direkte Bezug zum Lebensraum. Natürlich auch interessant, wenn man dann sieht, dass es eine Schleifschule im oberen Passat im Teichhof 18.2 gegeben hat, also Eislaufen in Belvedere. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit irgendjemandem eine Idee ins Ohr setze, weil wir haben ja mit dem Eislaufverein in Wien und bei Canaletto Blick genug Diskussionsfakten. Diese Vogelschau, die wir hier links oben sehen von Salomon Kleiner, zeigt uns die Parterres. Und ich bin natürlich hier Brigitte Mang sehr verbunden, die anlässlich eines Jubiläums gesagt haben, jetzt machen wir diese Leistung, wir schaffen die Parterres wieder. Ich war natürlich selbstkritisch und vorsichtig. Ich weiß, dass wir hier links unten ein sehr spannendes Stich haben, eine Limoneia aus Norditalien, jeder, der am Gardasee die Limonenhäuser gesehen hat, sieht. Lukas von Hildebrandt hat ein zerlegbares Zitronenhaus in Belvedere errichten lassen. Ja, aber wo sind die Ornamente, wo sind die Parterres, wo sind die Bruderien, was ist passiert? Ja, hier eine tolle Geschichte durch ein Gespräch bei einem Kongress mit Jörg Gamer, der sagt, ja, in Stuttgart im Archiv liegt jeder Plan von Belvedere. Diesen kannten wir nicht. Es war dann eine Entdeckung, dass ein Militär in Wien Pläne aufgekauft hatte, im 18. Jahrhundert und offenbar von Edel um 1726 datiert, findet sich ein aquarelierter Belvedereplan, wo die Färbungen durchaus die Sande und die Bruderieornamente durchaus differenziert dargestellt haben. Mit diesem konnten wir weitaus besser als mit den Bestandsplänen von Salomon Kleiner dann die Umsetzung beginnen und es war unser erstes gemorftes Computerprojekt in unserem Atelier. Denn heute stellen sich natürlich diese Beete etwas anders dar. Und so haben wir dann, das kommt dann vielleicht noch ein bisschen besser, hier links oben haben wir wieder Salomon Kleiner, Plan 1731, rechts an den Zustand zur Zeit Maria Theresias, Spahn, 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 Rasenpaterers, dann den Zustand 1985, das ist so ungefähr der Stand, wie es seit dem Staatsvertrag war, schlicht und schlicht und schlicht. Und da war dann mit Stefan Schmid diese Arbeit an dem Parkpflegewerk, wie können wir überhaupt Höhen, Dimensionen ermessen, haben uns doch die Zeichnungen von Salomon Kleiner sehr geholfen, denn wenn es noch ein Tor gibt und eine definitierte Höhe gibt, dann können wir doch annehmen, dass die Hecken, die hier gezeichnet waren, ernst gemeint waren. Wir haben dann die 1995 die Ornamente gemacht und zu meiner großen Erheiterung gab es einen tollen Film in den letzten Jahren, A Dangerous Method, da geht Sigmund Freud und Jung durch den Belvedergarten und sprechen über Otto Kross und sie gehen vor unseren Ornamenten. Denn zur Zeit von Sigmund Freud waren da Palmenrondelle, das gab es nicht so weit, also zur Geschichtsklitterung und ich hoffe, dass ich euch damit Freude mache, so etwas zu erzählen. Okay, eine andere Geschichte, überraschend für uns, ist vielleicht etwas, was mit unserer Wirklichkeit und mit dem zu tun hat, was wir in unserem Berufsstand auch sehen müssen und uns auch auseinandersetzen müssen. Ich würde mich freuen, wenn wir nachher auch diskutieren, aber das mache ich jetzt ganz schnell. Es geht nämlich hier um den Bereich des Volksgartens und hier hat Oswald Hertel ein Tanzcafé erweitert, das es bereits zur Biedermeierzeit gab, 1951 etwa und dann wurde 2011 von Artig-Architekten mit BAF dieses renoviert und wir wurden eingeladen, das Umfeld, die Freiräume, in der Nähe dieser Disco zu gestalten. Gut, wir kennen alle den Volksgarten, nehme ich an, dass es auch bekannt ist, dass der Volksgarten der erste öffentliche Park 1823 in Wien ist und dass es eben auf diesem Glacis vorher das Paradiesgarten gegeben hat und hier links oben sieht man schon die sogenannte Banane, genannt das Kortische Kaffeehaus und Hertel hat nun hier diesen legendären Vorhang in den Park gesetzt, also ein Objekt, ein Tanzcafé, das durch einen über vier Meter hohen Vorhang, also Textil, geschlossen werden konnte. Hier links sieht man jetzt die Neugestaltung nach 1945, nach Beseitigung der Bombenschäden und dieses Luftbild zeigt jetzt die vielen kleinen Detailbereiche, die es rund um diesen Komplex gibt und man sieht auch hier rechts oben die Rückseite vom Rosarium vom Volksgarten, die durch ein Schwimmbad und eine Sommerbar belebt werden. Ja, und das ist vielleicht jetzt der Schluss meiner Vorstellung, dass wir hier rechts oben einen Bambusgarten, eine stille, kontemplative Ort mit diesem eleganten Gebäude vorgehabt haben, hergestellt haben. Hier unten sieht man die Belebung durch das Mobiliar, die Stimmung, die Farbigkeit ist weiterhin da, aber wir alle haben nicht die Rechnung im Liveball gemacht, der ist nämlich eine Woche nach unserer Pflanzung über das Ganze jetzt nun namigamäßig weggegangen und im Herbst haben wir es dann wieder gebaut. Ja, und jetzt hoffe ich, habe ich meine Zeit nicht zu sehr überzogen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch alles Gute in dem LRF. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.